Du fragst dich sicher, wie hat die Amabel das geschafft? Wie habe ich es geschafft, in einer liebevollen Partnerschaft mit meinem Seelenpartner anzukommen? Das war auch kein Zuckerschlecken und ich habe auch gelitten und hatte Depressionen und war total ohne Lebensfreude. Und trotzdem, trotz allem oder gerade deswegen, gerade wegen diesem Schmerz, habe ich es geschafft. Ich bin jetzt in meiner Lebensfreude, ich genieße mein Leben, ich habe Freude an meinem Leben und auch du kannst das schaffen. Auch du kannst wieder Freude finden in deinem Leben. Und wenn du möchtest, können wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und dazu melde dich einfach bei mir und schreib mir für mehr Infos.